und Schulschiff gedient hat. Der letzte Stützpunkt der polnischen Seestellung ist die Halbinsel Hela, auf der gut getarnte, starke Befestigungen eingebaut sind. Die Schleswig-Holstein mit ihrem Schwesterschiff Schlesien wenden sich nun gegen Hela. Die Beschießung wird vom Süden der Halbinsel aus mit nordöstlichen bzw. nordwestlichen Kursen aufgenommen. Flugzeuge, von den Polen heftig beschossen, beobachten die Trefferwirkung der Schiffsgeschütze und klären auf. Ein kurzes Wirkungsschießen der beiden Schiffe genügte, um bei dem polnischen Festungskommandanten den Entschluss zur Übergabe reifen zu lassen. Er gab Folgen.